Hi ihr Lieben, Willkommen wieder in meiner Zauberküche. Und zwar möchte ich euch gerne heute ein schönes Video zeigen. Ich habe noch leckeres Hähnchen in den verlegen Küchern gehabt und habe mir echt überlegt, was mache ich damit. Und hatte ja bei dem tollen Wetter heute echt Zeit genug gehabt, um zu überlegen. Ich mache ein leckeres All-in-On auf der White Lady. Und ja, wie das saubere, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.